Wieder neues Jahr und wieder ein Haufen Spaßen, die denken sie am Hunger, das sind eigentlich am Fassen. Romantik ist kein Kätzchen, doch das ist kein Geheimnis. Subert hört den Mund und liefert sofort den Nachtisch. Ey Ekta, das Fügel kommt, was machst du bitte im Finale? Dann als Ahnspange bekamst du nach Puppet in die Spirale. Meine Ohre kam nicht mal in das Oktabattle 2 und obendrauf fahr ich dich mit meinem Wahlschwanz zu brein. Nummer packt mir auf den Tisch ins MC Waldemar mit Raps und Flows, die es nirgends schon mal gab. Alles an mir ist Selfmade und das muss man dazu sagen, Darren und Santa sind für jede Produktion am Blasen. Cyprien klingt wie ein depressiver Spass, der sein Mikrofon in eine Höhle gepackt hat. Ohne Scheiß, dieser Hall, er ist so unerträglich, kein Hürziges an, Digger, du Scheikers, kläglich. Riesenkork, megabreit, starker Atem, wer könnte das sein, Mann, soll ich sagen. Es ist MC Waldemar, er ist wunderbar, ich bin jeder Gott und ich bin stark klar. Nicht Philipp Parker. Riesenkork, megabreit, starker Atem, wer könnte das sein, Mann, soll ich sagen. Es ist MC Waldemar, er ist wunderbar, ich bin jeder Gott und ich bin stark klar. Nicht wie Philipp Parker, ich wiederhole, nicht wie Philipp Parker. Das ist absolut wichtig, weil sonst verstehe ich diesen komischen Track hier einfach nicht. Und, ähm, achso, es kommt ja noch ein zweiter Part, ich bin da raus, es ist mir leid, Leute. No Rope ist ein Wasch, echtes Beat, Invitat, zu Kloss Atme und Deliver Beat, du verdammter Kleptoman. Dieses Jahr machen wieder zig Meme-Rapper hier mit und verlieren in Runde 1, ist ziemlich bitter, ne? Ich mach hier mit, weil ich gerade Bock auf Rappen hab, die anderen machen mit, weil die Sonntags in ihrem Leben haben. Racker, komm, sag mir, was kochst du denn heute? Zeigst du mir, wie ich deine Scheißschwester denn heute? Nein, war nur Spaß, sowas darf ich nicht sagen, sonst kommt so ein Reibenspaß und kennt ihr den Wald denn? Wir sind ja in 2022, sowas ist nicht Political Greg, ich ziehe auch nicht meine eigene Verbindung durch den Dreck. Auch wenn das hier das MRT ist, dass ich euch nicht respektiere, die Hälfte von euch hat noch nicht gefickt, was ich spekuliere. Die letzten zwei Zeilen, was soll ich sagen? Ey, kein Schimmer. Ach ja, Rest im Kisiwacken auf der TNM, bleibt für immer. Bis zum nächsten Mal.